So, willkommen zurück, liebe Leute, bei Dead Space. Ich hoffe, ich bin jetzt wieder etwas lauter. Ich muss das hier noch genau herausfinden. Ja, ich bin noch Anfänger. Na und? Und wir sind die Putze. Wir sollen alles wieder sauber machen. Wir sollen alles wieder ganz machen. Mit dir passiert was. Na toll. Tolle Scheiße. Kaputt. Wieso ist hier jetzt nochmal eine Werkbank? Kunde des Vakuums. Ah, das ist natürlich schön. Juhu. Dann haben wir das hier so als kleinen Rückzugsraum. Ein Trittvakuum. Offenbar funktioniert ein Teil der Schwerkraftplatten nicht mehr, Isaac. Halte die Augen offen, ob du irgendwelche Verzerrungen siehst, die von unten kommen. Die könnten gefährlich sein. Verzerrungen von unten? Abbauverwaltung. Was für ein Verz... Achso, die Teile. Die bringen mich dann um, oder was? Hm. Aber wir haben ja... Push. Ja, das würde uns umbringen. Sogar ziemlich todsicher. Ja, aber... Äh. Kollege, was ist mit dir passiert? Der ist ja elektrostatisch geladen. Hä? Was geht mit denen ab? Die hängen einfach ab. Was? Was? Ich gehe hier erstmal auf... Ja, ja, ja. Wenn da mal nichts rauskommt, ne? Ai, 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 ai. Na? Woher? Komm, ich höre dich. Komm raus! Na? Ihr hört den doch bestimmt auch. Naja. Da wartet gleich bestimmt irgendwas. Wo kam das kleine Vieh denn jetzt her? Naja. Das soll mich noch nicht stören. Energiezufuhr zum AAS hergestellt. Oh, Entschuldigung. Kontrollsysteme über Verteilerkästen umgeleitet. Ich habe ein Signal. Fasta. Ach ja. Abspackene Gegner. Komm her, komm her. Und zack. Und zack. Wo ist jetzt dein Kollege hin? Klettert der auch? Oh, oh, oh. Oh, oh. So ziemlich schön. Hi, yo. Was die hier immer alle für ne Sauerei machen müssen. Also Aliens haben keinen Sinn für Sauberkeit. Wow. Das sieht schon lustig aus, wie die da oben dran hängen. Oh je je je. Soll ich das wieder zurück? Na 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 na. Soll ich echt? Anscheinend. Entritt, Vaku. Die Wagen sind hinter den Muskeln. Kühle des Vakuums. Schön, schön. So, jetzt... Ebene 3. Schauen wir mal nach, was da oben ist. Niemand will mit mir reden. Also diese komischen Durchsagen, die eh keiner versteht. Egal. Wir sind bewaffnet. Und wir haben wieder mehr Slots. Das ist toll. Das ist schön. Aber keine Knoten. Wir haben keine Knoten. Mit der ganzen. Kollege. Warum soll ich euch ganz machen? Ihr lauft doch schon rum. Hier, Tempo. Die Brücke ist total hinüber. Keine Ahnung, was hier los war. Aber ich werde hier nicht rumstehen und warten, bis es zurückkommt. Ich gehe jetzt rüber zur Hydrostation und suche Elisabeth. Mach du das. Energiekanone. Ui, das hört sich nach Spaß an. Aber dafür brauchen wir einen Job. Das ist einfach weggeräumt. Egal. An dieser Stelle speichern wir nochmal fix. Zack, zack, zack. Holla die Waldfüh. Alles verschlossen? Das ist schade. Das war... Echt? So was wie ein Puma. Puma. Zwei zielgerichtete Schüsse und das war es. Stase weg. Plasma-Energie. Und Energiezufuhr. Energiezufuhr zum AAS hergestellt. Okay, die primäre Astrogationsenergie wurde umgeleitet. Hören Sie, wir kennen uns nicht sehr gut, aber ich glaube, ich sehe Dinge in meinem Kopf. Hämmert es noch. Weiß auch nicht. Halten Sie die Augen offen, okay? Macht uns wieder ganz. Mein Mikrofon hängt schief. Na, na, na. Und weiter geht's. Bitte eine Durchsage. Ich bin so einsam hier drin. Was springt ihr denn auf und ab? Klapp, klapp, klapp. Ah, liebe Leute. Es ist solch eine Anspannung hier. Nein. Von wegen. Es ist mir zu laut. Zu laut. Ach, komm. Zum Glück kriegen wir hier die Energie ja echt nachgeschmissen. Was? Was? Ach, wieder oben. So, wie viel haben wir zer-schossen? Verschossen? Ach, wir haben genug. Woher kommen die ganzen Items? Ich kann mich nicht an die erinnern, dass die hier eben auch lagen. Warum nehmen die sowas in einem Audiolog auf und sprechen das nicht irgendwo rein, wo es echt auch andere Leute hören? Ich meine, die Teile liegen hier rum. Und, äh, Gregi, danke. Und ich... Danke. Ihr seid alle so laut. Das ist wunderbar. Ich glaube nicht, dass die, äh, die Audiologs sprechen müssen, während sie auf der Flucht sind. Weil dann müsste man ja meinen, dass die die Teile irgendwo hier in das System einschieben müssen. Und das wäre verdammt unpraktisch. Da ist noch was, da ist noch was. Da schnappen wir uns. Genau, wieder unten. Jetzt sind wir wieder zugeflastert. Mit allem Möglichen. Mach uns wieder ganz. Mach uns wieder ganz. Ja. Es ist ein Befehl an dich. Mach uns wieder ganz. Hilfe. Nein, mach ich nicht. Ich hab was anderes zu tun. Ich soll dir vom Planeten weg, hat man mir gesagt. Ich soll dir alles vernichten, hat man mir gesagt. Ich soll dir alles umschießen, hat man mir gesagt. Mir sagt man so vieles. Was ist jetzt los? Uh. Alles klar. Mir geht's super. Und euch? Macht das Licht aus, ja. Ja. Ach, seid doch so nett und lasst es an. Bitte. Ah, solche schrillen Schreie sind die schlimmsten. Wow, das hat mir gerade... Wow. Das war nicht richtig gespawnt. Und ich erschreck mich auch doof. Nein, nicht noch mal. Speichern. Bäh. Sweet. Ja, danke. Bitte, danke. Ah, dieser Frauenschrei war gerade böse. Wie sieht's aus? Wir haben noch vier Plätze frei. Laser-Kanone. Jetzt haben wir Energie-Kanone und Laser-Kanone. Toll. Dort ist Blut. Zutritt nur für autorisiertes Personal. Da sollen wir aber gar nicht lang. Trotzdem nachgucken. Tja, Kollege, hat ja fast geklappt. Aber auch nur fast. Weil ich hab echt überlegen müssen, ob der tot ist oder ob das eine andere Leiche ist. Hier gibt es Stase zum Aufladen. Ich hab so üblen Respekt vor dem Spiel. Das ist schon nicht mehr normal.